Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zum Modern-Koi-Blog. Heute eine Frage von Markus. Markus hat auch ein Bild mitgeschickt, wobei, das ist etwas unscharf. Darf ich das auch mal sehen? Ja, da sind nicht nur die Augen drüben, um was es gerade geht, da ist der ganze Koi drüben. Ich lese die Frage vor. Hallo Herr Kammerer, hier ein zweites Mal der Markus aus Brandenburg. Hallo. Mit einer Frage, die vielleicht für einige interessant sein könnte. Woran liegt es, dass einige Kois so trübe, weiße Augen haben? Ich weiß, das ist nicht wünschenswert, aber wodurch kommt es? Zucht, Fragezeichen. Keinen guten Elterntier oder Krankheiten. Habe einen schönen, lachsfarbenen Koi, der sich soweit gut macht, aber seine Augen haben eben einen weißen Schleier. Salzbad, kein Erfolg. Vielleicht ist es ja mal was für ein Blog. Ich danke mal wieder im Vorauf. Macht weiter so. Gruß, Markus. So, sagst du, woher kommt das weiße Auge? Man sieht es wirklich häufiger, vor allem bei älteren Fischen. Was können die Ursachen sein dafür? Ich denke, die Ursachen können natürlich wie immer vielfältig sein. Selbstverständlich können Parasiten mal eine Rolle spielen, die zu so einer lokalen Schleimhauttrübung beziehungsweise Hornhauttrübung führen. Also die Parasiten können auch auf die Hornhaut gehen? Ja, ich habe zum Beispiel schon bei solchen Fischen massenweise Gyrodactylus ausgerechnet, nur auf dem Auge gefunden. Das ist aber dann ein Zustand, der normalerweise einseitig und nicht beidseitig ist. Wie erklärt sich das? Und diese Gyrodactylüse sind ja lebend gebärmt. Wir haben ja den Mikroskopierkurs gemacht. Genau. Und das ist irgendwo verständlich, wenn da so ein Junger geboren wird, dann bleibt er unter Umständen einfach neben Mutter, Vater. Das sind ja Zwitter. Und der Nächste auch. Und dann hat man manchmal solche Nester von Gyrodactylus, die sich da eben gerade am wohlsten fühlen. Und schlägt eine klassische Behandlung, schlägt die da an, wenn es auf der Hornhaut sitzt? Ja. Also das Medikament geht so tief, geht durch die normale Schleimhaut durch und bekämpft Also vielleicht habe ich das ein bisschen falsch ausgedrückt. Die sitzen außen. Okay. Also sie sitzen nicht im Auge in der Hornhaut, sondern tatsächlich wie auf der Schleimhaut auch eben. Jetzt muss ich blöd fragen, verzeihen Sie bitte. Das normale Fischauge, ist da auch Schleimhaut drauf, ganz normal, oder ist da nur die Hornhaut so wie bei uns auch? Das heißt auch eine Schleimhaut über der Hornhaut. So. Ja. Aber die Parasiten sitzen dann auf der Hornhaut und nicht auf der Schleimhaut. Nein, sie sitzen auf der Schleimhaut über der Hornhaut. Ah. Jetzt habe es auch ich verstanden. Genau. Sehr schön, Sandra. Okay. Also sie gehen nicht tiefer. Das ist ein Grund, behandelbar mit den klassischen Parasitenmitteln. Richtig. Was ist ein weiterer Grund? Bei roten Augen wahrscheinlich Hikui. Wie, klassisch? Natürlich, sicher. Wenn das Rot übers Auge wächst, das gibt es auf jeden Fall auch. Aber das sieht dann nicht so trüb aus, sondern das ist dann wirklich so gelb und ein bisschen verklüftet. Und auch erhaben, also das ist nämlich keine flache Geschichte. Ganz genau. Konditionell kann es auch sein? Ja, Vitaminmangel kann auch Hornhautrübung. Welches Vitamin? C. Kann auch Hornhautrübung hervorrufen. Und dann zum Beispiel auch natürlich mechanische Verletzungen. Denk und natürlich der berühmte Säuresturz. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Fisch, der einen Säuresturz erlebt hat, das unter Umständen lebenslänglich als Hornhautrübung mit sich rumschleppt. Und warum geht das nicht mehr weg? Weil einfach dieses Gewebe sich nicht mehr selber regenerieren kann. Das ist quasi abgestorbenes Gewebe. Genau. Und wenn man es dann abtragen würde? Und dann läuft das Auge aus. Na gut. Machen wir nicht. Nein. Okay. Aber es ist durchaus, wie du schreibst, Markus, es ist sicherlich kein seltenes Phänomen. Und ich möchte sagen, einen Teich mit 30, 40 Keu findet man fast immer einen, der damit zu kämpfen hat, oder? Oh, so häufig würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja schon relativ. Ich denke, vieles von den Sachen sind auch mechanische Verletzungen, wo man eben an der Wand entlang geschlittert ist. Und das Auge einfach. Wenn man chronisch haben sollte, dass es permanent weiß ist, für den Koi selber ist es kein Problem. Sicher nicht. Das sieht halt auf dem Auge nicht mehr besonders gut. Genau. Aber selbst einäugige Koi können sich im Teich erstaunlich gut fortbewegen. Also man sieht ja nicht, dass sie gegen Wände schwimmen oder so. Kein Problem. Ja. Und fressen, ganz normal. Also das haben sie drauf. Also, Markus, vielen Dank für deine Frage. Mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao. Tschüss. Tschüss.